In diesem Video erkläre ich dir, warum ich der Meinung bin, dass jeder Fußballer und jede Fußballerin von einer hohen maximalen Geschwindigkeit extrem profitiert. Mein Name ist Raphael Schuler und ich helfe Athleticoaches und Sportphysios dabei, die schnellsten Athletinnen und Athleten zu entwickeln, die auch nach einer Verletzung robust und mit maximalem Speed zurückkommen. Dabei wirst du für den Verein oder für Athletinnen und Athleten selber unverzichtbar. In diesem Video zeige ich dir vier Gründe auf, warum ich der Meinung bin, dass jeder Fußballer, jede Fußballerin oder ganz allgemein im Teamsport maximaler Speed extrem wichtig ist und man einen hohen, sehr hohen maximalen Speed anstreben sollte und das auch in Sportarten, wo der maximale Speed vielleicht im Spiel selber gar nicht unbedingt vorkommt. Am Schluss des Videos werde ich dir auch noch einen Bonustipp mitgeben, das dir hilft, das Ganze wirklich in der Praxis auch umzusetzen. Es ist eigentlich Wahnsinn, aber maximaler Speed wird immer noch extrem vernachlässigt, obwohl in vielen spielentscheidenden Situationen der maximale Speed vorherrscht oder entscheidend ist. Jeder von uns kennt wahrscheinlich Beispiele von Haaland oder von Mbappé, wer in den letzten Minuten des Spiels noch einen Sprint über das ganze Feld macht und das entscheidende Tor schießt. Das heißt auch für die verteidigende Mannschaft, für den Verteidiger ist es extrem wichtig natürlich dagegen zu halten können. Natürlich kannst du jetzt als Verein hingehen und sagen, okay ich stelle mein Scouting um und kaufe einfach schnelle Spieler und das wird auch gemacht. Ganze Scouting-Systeme werden umgestellt oder zumindest ist der Schnelligkeitsfaktor mittlerweile ein extrem wichtiger Faktor geworden im Scouting. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass du die Spieler, die du hast, entwickeln musst. Was oft vergessen geht, ist, dass schnelle Spieler oder sehr schnelle Spielerinnen dem Head Coach auch mehr taktische Möglichkeiten geben. Eine Spielerin wie zum Beispiel Lynn Williams von der amerikanischen Fußballnationalmannschaft, die hat einen Topspeed von, ich glaube so um die 34 kmh, was wirklich crazy ist, die sieht Räume, die andere Spielerinnen gar nicht sehen, weil sie die Möglichkeiten nicht haben oder die Option, da in diesen Raum rein zu beschleunigen, die fällt quasi schon von vornherein weg, weil sie wissen, ich bin zu langsam, das zu erreichen. Wenn das Video bis jetzt dir schon gefallen hat, dann lass doch bitte den Daumen da, du weißt schon den richtigen Daumen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass viele Verletzungen, beispielsweise Hamstring-Verletzungen, also Verletzungen des hinteren Oberschenkels, passieren sehr oft beim maximalen Sprinten und eigentlich nie beim langsamen Laufen oder bei langsamen Geschwindigkeiten. Und Verletzungen sind eigentlich immer ein Mismatch zwischen Kapazität auf der einen Seite und Belastung auf der anderen Seite. Das heißt für dich als Athletic Coach oder als Sportphysio, du musst den Athleten oder die Athleten auf diese Belastung vorbereiten. Nehmen wir wieder das Beispiel von den Hamstring-Verletzungen, Zerrungen, Muskelfaserrisse, gerade im Fußball so passieren die sehr häufig. Und wenn wir nicht adäquat auf das vorbereitet sind, was heißt das? Das heißt, wir müssen diesen maximalen Sprint auch trainieren. Weil wenn er einmal vorkommt im Spiel, kann er nicht sagen, hoffentlich passiert nichts. Wir müssen uns darauf vorbereiten und dann ist es ganz wichtig auch für dich zu verstehen, dass es nichts Spezifischeres gibt als maximales Sprinten. Oder anders formuliert, der spezifischste Trainingsreiz für die Hamstrings ist maximales Sprinten. Aber natürlich muss man das auch vorbereiten und kann nicht einfach von heute auf morgen plötzlich 10x maximal Sprints einbauen. Und was auch wichtig ist zu verstehen, ist, dass die Lauftechnik auch einen Einfluss hat auf das Verletzungsrisiko. Und jetzt noch zu einem Punkt, der dich vermutlich überraschen wird. Mehr Speed bedeutet mehr Ausdauer. Ich mache dir ein Beispiel, das es verdeutlichen soll. Nehmen wir zwei Athletinnen mit unterschiedlichem Mag-Speed. Die haben in der ersten Halbzeit, sagen wir, die müssen 10 Sprintduelle über 29 kmh laufen. Und jetzt die Frage an dich, wer von den zwei, denkst du, kann in der zweiten Halbzeit häufiger diese 29 kmh laufen? Ist wahrscheinlich logisch. Irgendwann in der zweiten Halbzeit kann die Spielerin mit dem tieferen, maximalen Geschwindigkeit diese 29 kmh nicht mehr erreichen. Weil sie in jedem einzelnen Sprint vorher, in der ersten Halbzeit oder auch die ersten in der zweiten Halbzeit mit mehr Energie diese 29 kmh Sprintduelle laufen musste. Wenn du dir diese vier Gründe aus dem Video noch einmal vor Augen führst, dann kommst du wahrscheinlich zum Schluss, dass wenn du mit deinen Spielern im Training nie auf maximalen Speed kommst, dass du dann wahrscheinlich, ich muss es so sagen, nach dem Prinzip Hoffnung trainierst. Bevor wir zum Bonustipp kommen, wenn dir diese Art von Videos gefällt und du noch mehr Content von mir willst, dann abonniere doch bitte den Kanal, weil so kann ich wirklich geilen Content für euch produzieren. Und jetzt zum Bonustipp, wie du das Gelernte einfach in die Praxis umsetzen kannst. Wenn du jetzt, sagen wir, du bist Athleticoach im Verein, setz den Standard fest, dass ihr einmal pro Woche oder dass jede Spielerin und jeder Spieler einmal pro Woche ihren persönlichen, also individuellen maximalen Speed erreichen muss. Und das setzt du durch. Am einfachsten geht es natürlich, wenn ihr mit GPS-Systemen arbeitet, dann kannst du das easy überprüfen, ob vielleicht auch die ein oder andere Spielerin im Spiel das mal erreicht hat. Ja, dann kann man das anpassen. Wenn ihr das nicht habt, dann würde ich das so handhaben, dass ihr sagt, okay, wir nehmen fix einen Tag, meistens ist es irgendwo dann Dienstag, Mittwoch, so die Hauptbelastungstage, wo ihr im Training selber auch versucht, groß zu spielen. Ja, eher große Distanzen bei den Übungen drin habt. Und dann am Anfang des Trainings, nach einem guten Warm-up natürlich, so zum Start zweimal 30 bis 40 Meter mit genug Pause dazwischen, absolviert. Ja, das ist auch ein bisschen abhängig vom Alter und Niveau natürlich, wie viele Meter das man braucht, um auf den maximalen Speed zu kommen. Sehr junge Spieler, für die reichen vielleicht 20, 25 Meter und ein bisschen ältere Spieler, die brauchen dann schon irgendwie 30, vielleicht sogar 35 Meter, um auf den maximalen Speed zu kommen. Und natürlich gibt es noch ganz viel zu beachten. Ja, ich habe die Lauftechnik angesprochen, die genaue Planung ist ein Thema, wie du es noch besser integrieren kannst und individuell angehen kannst. Aber zumindest hast du damit mal einen sehr, sehr guten Anfang geschaffen und machst schon sehr viel mehr als viele andere. Und wenn du jetzt noch mehr darüber erfahren willst, dann habe ich einen kostenlosen Speed Workshop für dich. Ja, du kannst dich über den Link unter dem Video anmelden. Du lernst darin in sechs einfachen Schritten, wie du ein Speed System kreierst, damit deine Athletinnen und Athleten gar nicht mehr anders können, als der Nächste im Papier zu werden. Du lernst darin auch, welche Fehler du im Schnelligkeitstraining unbedingt vermeiden solltest, damit das Training nicht nach hinten losgeht und sich im schlimmen Fall deine Spielerinnen und Spieler sogar verletzen. Wie gesagt, der Link dazu findest du in der Beschreibung und ich würde sagen, wenn du Athleticoach oder Sportphysio bist und Schnelligkeit in deiner Sportart wichtig ist, dann lohnt sich dieser Workshop für dich definitiv. Bis bald.